Also von solchen Dingen halte ich überhaupt nichts. Das ändert nichts, das bringt die Menschen bloß, weil es dann heißt, die Linksektriebe, das bringt gegen die Linke auf und dann da Faschisten und die anderen profitieren von den Geschichten. Ach, das rüttelt keinen auf und dann ist es da, die Leute, ach man, kommt der Zug wieder nicht, da können wir mit dem Zug nicht fahren, also diese Banditen, sie sollen so schnell wie möglich kreieren. So ist ja die Auffassung der Bevölkerung, also die da mit der Bahn fahren und da rüttelt der Kinn auf, der sich gegen die Sparpolitik und andere Sachen wende, überhaupt nicht. Das ist nun mal ein Fakt, so läuft die Wirklichkeit, die läuft ein bisschen anders als man sich so denkt.